Wie warst du jetzt mit dem Kontakt zu den Professoren zufrieden? Du hast jetzt über die Studierenden gesprochen, über deine Kommilitonen. Wie war das bei den Professoren? Waren die für dich direkt ansprechbar? Auf jeden Fall. Und zwar, man konnte jederzeit den Fragen stellen, auch außerhalb der Vorlesung. Das ist auf jeden Fall top. Auch während der Vorlesung gingen sie gleich darauf ein, wir können Fragen stellen und so weiter. Wir können das ausdiskutieren. Weil hier ging es nicht darum, dass nur eine Theorie preisgegeben wird, sondern hier ging es darum, bringt diese Theorie uns was? Wieso ist diese Theorie aufgestellt worden? Und genau das ist das, was wirklich hier auch von den Professoren rübergebracht worden ist. Das Interesse von denen, hier das, was die ja uns wiedergeben, nochmal entweder bestätigt zu bekommen oder wo sie selber sagen, ja, man kann es tatsächlich hier auch anders sehen. Es gibt so und solche Wege in der Richtung.